Die bisher noch nicht offen ist, das ist wieder dieses Herz. Aber wir müssen erst mal schauen, wo hier die Hebel sind. Ja, ja, ja. Alle diese Käfige hier überall unter Wasser. Hier ist sogar jemand drin. In diesem Käfig. What? Nein. Aber tot halt. Als Skelett. Ah, ich muss nach oben. Ich ertrinke sonst. Was? Wie kommt man denn da hinten drauf, oder? So. Wir müssen hier den Seilzug bedienen, oder wie? Ich weiß es nicht genau. Also hier hinten ist sowas wie nur Light, aber ich weiß nicht, wie man hier hochkommt. Ja, da weiß ich auch nicht genau, ob man da hochkommt. Und wie. Nee, komm, wir wollen nicht rein. Oder hoch. Was war das denn jetzt? Ich habe auf die Kette geschossen. Mal geguckt. Aber das ist es auch nicht. Das ist die einzige Stelle, wo du hochgehen kannst. Das kann man hier nicht raus. Ich kann halt hier die Statue einstellen. Ne, jetzt zurück zum Schiff. Okay, da können wir gar nichts machen. Ja, wenn da jetzt vielleicht noch jemand angekommen ist, oder zwei Schiffe angekommen sind, weißt du, dass die sich jetzt ein bisschen angehen. Aber wir können da oben die Statue, wir können da oben die Statue mit dem Rohr wieder abschießen. Aber ich glaube, ich schieb mir, ich schieb mir mal ab. Ja, aber warte mal, der hat ja nur noch das Signal rausgehauen, das verheißt ja nichts. Irgendwas passiert. Aber da ist ein Wandbild. Da ist ein Wandbild. Ja, ja, hier sind Wandbilder die ganze Zeit, aber wo sollen die Statuen dafür? Steigt das Wasser hier? Was ist das hinter dir? Hä? Hä? Hä, was ist das denn, Alter? Wieso das? Das sprudelt so. Das ist ein übelster Bug. Ne, das ist der Wasserfall hier. Ist das vielleicht kein Gasier oder sowas? Aber der war doch grad hier nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich muss mir das Wasser zum Steigen bringen einfach. Aber wie denn? Also der kann ja nicht die ganze Zeit, das kann nicht die Lösung sein, dass wir die ganze Zeit da drauf schießen müssen. Eigentlich nicht. Wenn wir eben wie die Statuen hier sehen, dann könnte man die anschießen oder so. Aber ich glaub, dass man auch keinen Unterschied, oder? Doch da oben ist eine. Ich seh, ich hab eine gesehen. Hier ist eine mit, äh, Dings halt, ne? Mit Horn. Und hier ist auch eine. Ich hab die zweite auch gesehen. Kannst du die... Ich hab mal hier unter Wasser, äh, was gelöst. Ne, die müssen wir auf jeden Fall ansnipen, glaub ich. Ich hab unter Wasser mal was gelöst, weil hier, ihr könnt die Schiffsteile lösen. Und, äh, ich hab den zweiten Hebel gefunden. Wo ist der denn? Hier unter Wasser. Doch unter Wasser. Dann wird der dritte bestimmt auch da oben, irgendwas sagen. Ich hab jetzt einfach mal alles gelöst. Oh, jetzt kann man hier auch drauf rumlaufen. Ah, dann kann man da rüber, dann kann man da rüber. Tatsache, das ist der Hebel hier in der Weine, wo ich jetzt... Jetzt können wir auch da drauf. Oh, jetzt kannst du Luft holen. Warte mal, das heißt aber, wir haben zwei jetzt, oder? Ja. Ich hab den dritten, ich hab den dritten. Der ist hier an Land, der ist hier an Land. Ich bleib dann bei den hier unten. Ich bin bei dem, ich bin bei dem letzten. Okay. Soll ich mal test, was meiner ist? Mach mal, mach mal, ja. Okay, dann ist meiner der erste. Jetzt musst du... Meine der zweite? Ja. Fuck. Ich bin zwar gerade, aber ich mach... Ja, das wurde resetet. Scheiße. Nee, nee, dann meinen das zweitermann. Ja, ja, stimmt. Okay. Das sind die Fehler haben wir für den Ausstand gemacht. Okay, ich mach jetzt. Ja. Ja, genau. Ja, ja. Meiner kommt jetzt. Nice. Aber was passiert jetzt? Achso, da oben. Wo, 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 wo? Wo ist das Bild? Da, oder? Ist es vielleicht unten zu sehen? Ist es vielleicht unten zu sehen irgendwo? Ja. Es ist eine Meerungsfrau, die ihren Dreizack hoch hält. Okay. Nee, das ist glaube ich nur für die Figuren, weil die... Achso, ja. Ich wollte gerade sagen, ja, ja. Die war aber eben nicht da. Die war aber eben nicht da. Ja, aber das kann jetzt wegen den Dingens sein, weil ich das... Das ist auf der Tür. Auf der Tür ist sie. Das war eben nicht auf der Tür. Ja, jetzt verschwindet sie wieder. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, was... Also es war eine Meerjungfrau mit dem, mit dem Dings, ne? Mit dem... Mit dem Dreizack erhoben quasi, ja. Ah, okay. Alles klar. Na, ich dachte nur, weil hier draußen ist ja auch ein Meerjungmann, der die Kette unten hat und das Ding in der Hand hat. Genau, das ist wieder die... Das sind aber die Statuen. Genau, so wie wir die Statuen gleich wieder platzieren müssen. Ja, an die Statuen kommen wir aber nicht ran. Also da ist alle... Die sind immer umrandet. Mit, äh, mit Korallen oder so oder was das ist. Ich weiß nicht. Die sind irgendwie abgesperrt. Das ist bestimmt extra. Extra, dass wir da... Ach, guck mal. Ich kann den Avene jetzt da hochziehen. Oder hochlassen. Oh. Ne, ich glaube das ist... Warte, ich stell mich mal drauf. Ich stell mich mal drauf. So. So. Und jetzt kannst du da rechts auf die... Muss eh wohin können. Dinger? Ja. Aber das muss man ja auch alleine können. Wie... Wo fährt das hin, wenn man da alleine ist? Oder ist unten irgendwas hochgegangen? Vielleicht drunter. Ne, das war ja grad schon so weit oben. Und... Ne, warte mal. Ist da vielleicht was hinter oder sowas, wo man nicht hin konnte? Warte, warte, warte. Ja, das könnte sein hinter dem Wasser... Ja, ich glaub ja, das sieht aus den Gang. Ich glaub da kommst du rein, ja. Ah, runter vielleicht. Ja, Jack ist da. Warte, warte, warte. Ja, ja, hier ist was. Ja, nixig. Warte mal, warte mal, warte mal, wir haben doch die Statue noch gar nicht jetzt gemacht. Ja. Das ist irgendwie weird. Kommen wir da vielleicht erst später dran oder so? Ich glaub... Könnte sein... Da fehlt ja eigentlich das halbe Level. Da oben hängt ja auch noch so ein Schiff. Ja, eben. Deswegen. Ich hab mich grad ein bisschen gewundert. Aber sie sind jetzt hier oben, glaub ich. Ist das vielleicht der Aufgang hier dann? Ja, genau. Wir sind auf jeden Fall wieder in dem Raum hier, ja. Ja, genau. Dann ist das das hier sogar. Ach du Scheiße. Was ist das, die Pearl? So, ne. Wir können hier nichts machen. Wir können hier nur wieder ein Horn-Dingsbums machen. Ja, aber das Ding ist, hier haben wir zwei Statuen. Ja, ja, genau. Draußen war die dritte. Ah, hier, guck mal. Hier an der Wand. Ja. Nein, 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 nein. Es geht nur um die beiden Statuen hier, gerade hier drin. Ah, listen to this. For seven sunsets, the sirens pursue us across this curse. Wie fehlt das hier uns noch? Jetzt fehlen wir die Sirenenherz. Warte, 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 warte. So. Und so auch. Fehlen ist die Sirenenherz. Ah, ja, okay. Wir mussten dann irgendwie wieder ballern. Das Lied ist schön. Klippsohn. Jetzt zeig mal. Ja, boi, hör mal. Bremsterbrotweiß, mach keinen Scheiß, Alter. Bremsterbrotweiß, komm sofort. Okay, das heißt, wir müssen hier das Herz finden und so, ne? Irgendwo. Oder dieses Sirenenherz brauchen wir anscheinend. Ne, durchschnitten kann man auch nicht. Hm. Ah, er gemützt das jetzt. Nice. Die Sirenenherz. Der Zache, ja. Mach's rein, mach's rein, mach's rein in die Statue. Ah. Da muss auch der Arm über den Eumel bewegen. Okay. Und jetzt Attacke. Mit Kettel. Alles auf. Okay, nice. Dann geb ich jetzt die Tür hier auf, ne? Ja, man. Abfahrt. Juhu. Let's go. Juhu. Okay, jetzt sind... Ah, guck mal, jetzt sind wir hier oben. Nice. Voll hübsch. Jetzt haben wir hier nämlich auch diese Reben. Wenn man hier drauf drückt. The Sirens. Okay, die müssen wir jetzt einstellen, ne? Feuer. So, da ist sie auch hier. Ist sich hier jemand auf jeden Fall ziemlich am lieb. Ja. Okay, warte mal. Wir haben da vorne das Horn da oben. Wir haben... Wo sind die drei Stück? Wo sind die drei? Hier ist eine bei mir, direkt vor mir. Die ist aber halt so ein bisschen versteckt. Deswegen, ich denke mal, das ist die, die so schwer zu finden wäre dann. Okay, die muss, glaube ich... Ich glaube, die muss hier... So... Ich bin hier vorne... Die allererste habe ich drin eingestellt. Die habe ich schon eingestellt. Ähm... Hier ist noch eine, links neben mir, wie gesagt. Ich weiß nicht, wie die eingestellt werden muss. Welche? Äh... Wo? Links? Ach, die sind da so... Ach, was hatten die denn in der Hand? Was hat die denn in der Hand? Man sieht's nicht. Oder? Warte mal. Ich schieße hier mal. Doch geht's. Das ist das Richtige, glaube ich. Ich glaube, die hat die Kette. Die hat, glaube ich, die Kette. Ja, die hat die Kette. Das wird die sein. Das wird die sein, ja. Und die andere ist, glaube ich, auf der... Hier auf der... Aber die muss runter noch ein Stück, oder? Nicht ganz hoch. Nur Mitte, oder? Ist das Mitte oder ist das unten? Ich erkenne es nicht. Ne, das ist Mitte. Das ist Mitte, ja. Okay, gut. Ist jetzt Mitte? Ich hoffe. Ja. Nice. Und jetzt? Ach, guck mal da. Nice. Passt, oder? Wasser macht den Mund zu. Oben sind noch mehr, ja. Was, der macht den Mund zu? Ja, hier die Statue oben. Jo, das Wasser hört auf zu laufen. Hier das Wasser. Genau. Die machen alle den Mund zu. Ne, machen sie doch nicht. Ah, dann läuft das Wasser aus und unten geht dann die Steintür auf bestimmt, wenn wir alles geschafft haben. Könnte sein, dass der Pegel sinkt, ja, das stimmt. Hier ist noch einer links. Achso, das war die. Warte mal, warum hat der denn jetzt aufgehört, Wasser hier raus zu bollern? Ne, warte mal. Ne, die macht nicht den Mund zu. Das ist die ganze Zeit so. Ne, die hat den gerade zugemacht. Achso, die machen alle ein Stück weiter zu, oder was? Ich denke mal, eine nach dem anderen, nach jedem. Genau, direkt über der Curry ist ja die nächste Dreier-Formation. Aber hier hat keiner den Mund zugemacht, Leute. Ach doch, der hier. Über uns hier, der. Ah loo, du hast recht. Okay, den hab ich nicht gesehen. Und wo geht's dann lang? Wo geht's weiter? Ne, ne, wir müssen die nächsten einstellen. Die sind da oben, direkt über uns. Bei der Kette. Achso, jo loo. Okay, dann haut mal raus. Ich bin hier bei dem Korallenzepter. Was hat der daneben? Kette oder Feuer? Oder was auch noch? Feuer. Feuer auf der Hand. Also es ist eine Koralle. Hand hoch. Hand hoch und Koralle runter. Ey, wir können ja nur den Arm einstellen. Achso, ja, dann ganz hoch. Okay, iss. Bei der Kette ist Kette unten und Hand auch oben. Hand auch oben? Stimmt, die Kette können wir einstellen, glaube ich. Hand ganz oben, ja? Ich hab keine Munition mehr. Reicht aber trotzdem. Und jetzt den Horn-Dude, oder was? Ja. Den Horn-Dude? Nein, nein, warte, 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 warte. Eine, eine haben wir doch vergessen einzustellen, oder nicht? Wir haben die Rechte hier mit dem... Wir haben doch jetzt gerade nur zwei eingestellt. Das sind nur zwei. Und der Horn. Ich glaube, jetzt müssen wir das Horn blasen. Wie, das sind nur zwei. Ja. Ich hab jetzt auch keine Muni mehr. Aber da in dem anderen Raum. Warte, jetzt sollen wir mal gucken, ob's richtig ist. Ja, ich glaube, wenn der gelbe Schein kommt, ist es richtig. Ach tak, wir kommen ja nicht mehr zurück. Das hat sich jetzt aber nicht so angehört, als wäre das richtig. Ne? Ne, also stimmt, es ging wieder auf. Ja, jetzt hat es wieder aufgemacht. Jetzt ist der Mund wieder auf. Kommen wir da eigentlich hin? Nein, nein, nein. Da kommen wir nicht hin. Doch, Leute. Ich kann das hochlassen. Ja, wow. Tatsächlich, wir müssen... Wenn das jetzt offen ist, dann kann ich da durchhüpfen. Sonst drückt das Wasser mich durch. Genau, genau. Wir müssen das jetzt wieder aufmachen. Okay, ist die Zeit, also. Kann ich jetzt nicht da durch, Moni? Jetzt... Ne, ne. Ich denke mal, dass das Wasser mich dann halt runterkommt. Hier ist Moni. Du stehst auch direkt davor. Du guckst direkt drauf zu. Ach, hier. 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 Dann waren wir gerade richtig, wir Vollidioten. Okay, macht einer auf das Horn. Jetzt. Ey, warte mal, das war falsch. Da musst du noch einen anderen einschneiden, oder nicht? Den da oben noch. Ey, warum hat die den in den Arm nicht gehoben gerade? Was für ein Scheiß. Warte. Nein, die haben wir ja nicht verändert. Ach so. Aber setzt sich das nicht zurück? Nein, 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 nein. Alles gut, warte mal. Das lassen wir so. Das bleibt so. Nochmal Horn, bitte. Kommt. Aber der Sound ist auch geil. Jetzt passt es, glaube ich. Mach zu denn, Schluckerchen. War wieder falsch, Schlund. Hä? Bist du sicher, dass die oben nicht zurückgesetzt wurde? Ja, die hat den Arm ganz oben, so wie es sein soll. Tatsache. Der hat Mitte. Ne, der hat oben. Ne, hat er nicht. Doch. Ist doch Mitte. Hä? What the fuck? Was ist gerade das Problem? Der Kollege... Ne, ist auch Mitte. Müssen wir vielleicht jetzt wieder noch... Ich hoffe, wir haben es nicht verpackt. Ah, der hat Mitte. Das muss runter hier. Warum hat... Warum ist der verändert? Jetzt? Ah lol, jetzt haben wir es. Okay. Ja, jetzt ist richtig. Komm schon! Ich kann euch nicht runterfallen? Ja. Jawoll. Müsst ihr so hoch? Ne. Müsst ihr ein bisschen runter, ne? Passt schon. So kommen wir auf jeden Fall an. Okay. Au. Au. Wir sind weiter. Kommst du auch, Leno? Ja. Warte, wie das hier aussieht, ey. Und diese Köpfe, die, die erinnern mich übelst an Kammer des Schreckens einfach. Und fahr mich runter, Manno. Jo, stimmt. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ich hätte auch gerne so eine Tür, wo dann die Schlangen, beziehungsweise seine Bart-Tentakeln sich so entschlängeln. Da kommt gleich einfach der Obelisk, kommt einfach gleich raus, ey. Der Obelix, ey. Oh nein! Hat runtergerutscht. Alter, wo bin ich? Och nee! Was schaffe ich auch und wieder nur ich hier? Was hat der denn jetzt gemacht? Ich hab mich verbuggt hier irgendwo. Oder? Oder? Ja, okay. Oh mein Gott. Stopp. Einfach vom Mast geslippt, Alter. Vorsicht, ey, nicht hier runterfallen, das ist ganz blöd. Das war eine klassische Slip-Einlage. Guck mal, wir haben quasi das richtige Ding uns eingestellt, aber an den falschen Figuren. Was? Die an den falschen Figuren. Ach so! Hier ist noch zwei. Hier ist noch ein Hebel, ne? Was? Hebel, was? Hier. Leute, aber warte mal, warte mal, wo sind die anderen? Die müssen dann auf dem Weg irgendwo sein, ne? Ja, die müssen nicht auf dem Weg irgendwo sein, ihr habt recht. Waren vielleicht schon welche gerade auf mich? Könnte sein, ja. Vielleicht sind wir vorbeigelaufen hier bei den. Hier haben wir auch hundertprozentig übersehen. Hier links ist erstmal nochmal einer. Hier links, hier, hier. Ah, perfekt, ja. Ich bleib bei dem hier dann. Ah, wo ist denn, wo ist denn? Wo ist denn der andere? Vielleicht musstest du da sogar hin, wo du gerade hingefallen bist. Oh nein, warte mal. Die klassische Hebelwirkung. Hast du den? Nein, 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 nein. Das hab ich jetzt gedrückt einfach, damit du schon mal weißt. Also ich bin zweiter, ich bin zweiter vom Träger her. Ich hab den hier. Ich hab den nächsten. Nice. Curry ist erster, dann ich, dann Leno. Okay, oder? Okay, ich mach jetzt, ja? Ja. Ja. Ja, Mann. Wo ist es? Zauber. Peng. Ah, die drei Sterne. Irgendwie drei Sterne oder so, ich weiß nicht. Okay, warte mal, ich schreib mir das auf, ist mir egal. Der safe ist safe. Ja, ist so. Wir kriegen es uns nicht zusammen. Okay, was haben wir am Anfang? Hai, ne? Hai. Dann war die Sirenenkönigin. Genau. Sirenenkönigin. Ich schau mal, war Königin. Passt. Und dann? Sirene mit den Dreizack hochhält quasi, Sirene mit Dreizack. Sirene mit Dreizack. In Klammern oben oder so, keine Ahnung. Ich glaub, dass das ist, ich glaub, das so weit kommen wir da. Und jetzt ewig drei Sterne, ja? Ja, genau. Erstmal Piratenzettel noch rausgeholt, ey, man kenn's. Piratenzettel. Der hat auch seine Mütze auf. Also der hier muss den Arme oben haben, ne? Genau. Beide Arme oben und beide unten, ne? Wo ist denn das Horn dafür, oder ist es das Horn da unten? Ist schon perfekt. Muss auch runter. Ah ne oben, ja sorry. Ist es das Horn hier unten wieder, oder was? Das war oben und Feuer, ne? Muss ich das Horn jetzt wieder hier unten anschießen, oder was? Ich glaube. Ich denke mal. Wo ist denn das? Wo ist das denn? Ne, wo wir herkamen, ist noch eins. Warte. Wo wir herkamen. Ja, mein ich ja. Ah ja, das ist doch. Ohohohoho. Aber wer das gar nicht zum Teil der Dinger hier so kappeln würde? Haha. Hahaha. Mach auf! Falsch? Ne, ich glaube das war richtig. Das war richtig. Sonst passiert ja nichts mit. Sonst musste mit der Musik... Es macht keinen Sinn sonst. Hä? Nee, 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 warte mal, das war richtig. Am Hebel ist die. Ich versuche nochmal die. Ach, lol, okay, wow. Ah, jetzt leuchten sie ja. Ja. War ja fast genau das gleiche. Das sieht doch gut aus. Ist so, als ob der eine trötet oder der andere. Was ist das denn jetzt? Tröte ist tröte. Gerallye! Füßtig sie. Oh, ähm, ähm, Leute, wir kriegen gerade Kuscheleien halt. Oh, oh, shit. Hier, Pisser. Aua, ah! Du Wichser. Boah, diese Muscheltypen sind echt radnäckig, ey. Ich habe keine Munition mehr. Ist der down, ey? Der große ist down. Nice. Danke. Oh, Gott. Oh, Hilfe. Na, wenn liegt es an dem drin, ey? Der ist wiedergekommen. Hey, was passiert denn jetzt? Die Position ist hier. Ja, ja. Ich muss essen. Ich habe nichts. Oh, ich muss schon mal kurz essen. Puh. Nice. Das ist groß. Sauber. Oh, wir kriegen hier vor uns auch Besuch. Oder war das gerade abgesperrt? Ich weiß es nicht genau. Bin mir nicht sicher, ob wir da gerade schon lang konnten. Und die Hebel? Okay. Ich würde sagen, hier sind keine Hebel zu sehen. Okay, alles klar. No Hebel, no Cry. Hier ist irgendwas abgesperrt. Oh, Geysir, wir müssen wieder rein. Glaub ich. Gönn. Und go. Spritztour. Hä? Ha! Wow. Ich dachte schon, wir sind zufrieden. Ich habe es nicht geschafft. Wir haben es doch stopfen einfach. Lol. Aber hier geht es auch irgendwie nicht weiter. Jetzt. Okay, muss es aber weitergehen. Was gibt es hier, was wir sonst nicht erreichen würden? Ah, bei der Tür bestimmt hier irgendwas, oder? Die Seile. Ah. Kannst du da irgendwie durchschießen? Nee. Ah doch, das Seil hier. Jawoll. Nice. Der Hebel vielleicht? Das hing am seidenen Faden. Hebel, Hebel, Hebel. Kein Hebel bisher. No. Hebel, no Cry. Oh, hier ist wieder, wo wir nicht zurückkommen. Hier kommen wir nicht mehr zurück dann, ne? Oh, okay, ja. Dann müssen wir wieder zusammen durch. Nicht, dass wir da wieder hängen. Ich würde sagen. Ich glaube aber, es passt alles. Wir sollten keinen Hebel übersehen haben. Hebel übersehen. Hier gehen wir rein. Der Knebelhebel. Let's go. Okay, vielleicht kriegen wir Besuch. Hier ist Munition, ne? Ja, wir haben auch wieder Starttun. Ja, wir haben hier wieder Starttun. Wir müssen wieder, wir müssen wieder regeln. Ähm. Okay, Feuer. Feuer und Ketten. Das ist so schon richtig. Nee, das muss auch hier sein. Feuer hat oben. So, genau. Feuer. Wo ist Feuer? Ist so rum. Oh, das wird, ist getimed. Hast du gesehen? Der hat wieder die Arme bewegt, oder? Nee, ich glaube, der hat gerade Deno gegen geschlagen, oder? Hier gegen der eine. Ja, ja. Nee, ich habe gegen gehauen mit dem Dings. Okay. Wo ist die andere? Ah, hier. Plätze ist unten. Das ist, warte, das ist Mitte. Hier ist noch einer. So. Mitte. Ähm. Ich glaube, wir haben es, ne? Oben. Tröten. Ja, passt. Ich glaube, wir können tröten. Ich glaube, wir werden jetzt hier hochgespült. Das kann gut sein. Haha, Ralf Möller hat uns reingeflogen. Ja. Super. Ja, ja, jetzt kommt Wasser. Super. Jawoll. Kannst du Gladiator sein? Oh, Verde, wohl. Kannst du Gladiator sein? Ja. Kannst du Gladiator sein? Der Gladiator. Oh. Oi, 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 oi. Keine Hebel. In der Unterwelt, die schlippen in der Nacht. Oh ja, wir trinken gleich. Machen wir sofort. Hebel. Da ist ein Flaschenzug. Ja, ich mach mal. Wir haben hier Wasser. Ah, okay. Oh, hier ist ein Hebel. Ja, unter Wasser ist ein Hebel. Wir wollen. Ich glaube... Ja, ich sehe den anderen. Ich sehe den anderen. Wenn sich jemand auf das Brett stellt, der ist da... Wenn ich ein bisschen guckse, siehst du das? Rechts, Denno? Ja, 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 ja. Hattest du noch ein bisschen den... Aber wo ist der vierte? Ey, wo ist der dritte, meine ich? Lower geht nicht, lower geht nicht. Wo ist der dritte? Oh, okay, passt. Ich teste mal hier. Ja, ja, ja. Wie gesagt, einer ist unter Wasser und wo ist der andere? War der nicht auch unter Wasser? Nee. Ich glaube nicht. Ich habe nur einen unter Wasser gesehen. Ist der dritte vielleicht ganz oben? Ja, genau. Aber wie kommen wir da hoch? Ja. Warte mal, aber das muss man doch alleine machen können, oder nicht? Nee, aber die bleiben doch vielleicht eine Zeit lang. Okay, nee, hier wird wieder gerutscht. Hier oben. Hier oben, kannst du sagen. Gerutscht. Okay, da kommt man aber auch nicht. Nee, hier fällt man runter. Beziehungsweise sind hier unter Wasser vielleicht zwei oder so? Also einen sehe ich hier halt. War ich unter Wasser zwei, ja. Oder sehe ich es nicht? Wo zur Hölle bin ich? Was ist denn jetzt passiert? Ich bin unter der Map. Wie unter der Map? Na, weil die sind in die Unterwelt getaucht. Ich bin unter der Map. Fuck. Ah, ich hab mir das Bein gebrochen. Bist du gerade runtergefallen? Ja. Ups. Das ist natürlich no joke. Ich bin unter der Map. What? Ja, aber kannst du dich jetzt nicht irgendwie zurück? Kannst du nicht irgendwie? Keine Ahnung. Das ist ja. Ich bin unter der Map. Shenär worship. Soch geht's. Es ist ja. Outro